Zeit für unsere Lieblingsshow. Hä? Was geht bei dir? Äh, was ist du da? Schweineschwarten. Hey! Nur die stärksten und die schlausten Tiere überleben von einem Tag zum nächsten. Langweilig. Lass doch mal umschalten. Knallt voll auf die Matte. Sie wird gerade angezählt. Die Viper muss sich erst mal erholen. Aber w-w-wart sie! Was ist das? Was für ein Angriff! Jedes Tier beginnt seine Reise durchs Leben als ein sehr verbotbares Baby. Sehen wir uns dieses kleine Kerlchen an. Ist er nicht entzückt? Nein. Wohan? Hammerangriff! Das könnte das Ende gewesen sein! Das könnte es gewesen sein! Pfff, das mach ich! Cara, hör nicht auf ihn! Das Spiel ist... Betrug! Na, fein! Viel Spaß beim Verlieren, Cara! Echt? Der Ball muss nur durch den Ring? Hä? Ja? Ha! Einfach! Dir zeig ich's! Ich bin spät dran für meinen Haartermin. Würdest du deinem Papa einen großen Gefallen tun und das Geschirr abspülen? Okay, kein Problem, Dad! Ich wünschte, er würde verstehen, dass Geschirrspülen völlig zweitfällig gegenüber der Rechtsverkämpfung ist! Wow, beruhig dich mal! Ich denke, ich kenne einen Zauberspruch, der hilft, dass dein Dad und du euch einig werdet. Wirklich? 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 Oh! Das kann nicht sein! Es ist der Pfadverlust, Lachter! Aber wie? Wie konnte er aus der Aschenstall ausbrechen? Ich liebe dich! Viel, 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 viel mehr! Wir werden uns niemals trennen! Schatz! Komm schon! Komm zurück! Kommt, Leute! Hier sind unsere Plätze! Wow! Habt ihr das gesehen? Das hab ich nicht erwartet! Ah! Das war aber nun wirklich eine Unterricht! Das war verrückt! Ich wusste, das würde passieren! Dafür lohnt es sich zu leben! Seid gegrüßt, Jugendliche! Genießt ihr es genauso, euch umhauen zu lassen wie ich? Hör mal, Bürschchen! Ich verstehe, dass du besessen bist vom Gott der Unterwelt, aber dieses Verhalten ist nun wirklich absolut... Ah! 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 Entlasse diese Menschen aus deinen feurigen Fängen, Hades! Ah! Du bist ein würdiger Gegner! Ah! 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 Diana, was machst du denn? Ich befreie diese Menschen nur aus den Fängen des Hades! Das war doch der Plan! War das nicht der Plan? Ähm... Vielleicht hab ich den Plan falsch verstanden. Diana, du bist... ...umhauen! Die Region versucht uns voneinander zu trennen. Nichts kann, naja, uns voneinander trennen. Ähm, äh, könntest du aufhören, gegen meinen Stuhl zu treten? Oh, hab ich getreten? Diese Beine machen sich wohl wieder selbstständig. Und schon wieder! Hey, Selina, was geht denn bei dir so? Oh, bei mir? Ich gucke das letzte Licht. Ja, die Spoiler kenne ich gut. Oh, ich weiß. Unglaublich, dass Catelyn eigentlich ein Werwolf ist. Oh, und wenn Catelyn stirbt um damit... Ruhe! Wir versuchen Menschen, einen Film zu gucken. und einen Film zu helfen. hertz Untertitelung des ZDF für funk, 2017